Wir sind ein kleines, sehr spezielles Weingut an der südlichen Weinmosel und an der Saar. Ich möchte Ihnen heute etwas ganz Besonderes vorstellen, und zwar einen Rotwein, ein reiner Pinot Noir von der Obermosel, gewachsen auf Muschelkalkboden, also letzten Endes ein burgundischer Burgunder auf Burgunderboden, der allerdings von der Mosel kommt. 100% Pinot Noir in gebrauchten Barrickfässern gereift und unser Spitzen Pinot Noir vom Weingut Trinke. Wir sind im Moment aktuell in der Bio-Umstellung. Unsere Außenanlagen werden nach biologischen Grundsätzen bewirtschaftet. Danke, viel Spaß beim Trinken.